wir versuchen gerade ein stream mit vier leuten beziehungsweise ein kurs stream zu starten ich habe die anderen jetzt gerade mal gemutet ich werde sie jetzt mal eben mit dazu schalten so ich hoffe wir kriegen das jetzt irgendwie hin weil wie gesagt wir sind jetzt das erste mal hier auf mixer sie sind live das ist schön dass ich das schon mal gezeigt bekommen ihr habt das nicht angenommen genau ich habe ich bekommen wie gesagt ich kann nicht ich habe eben was bekommen aber ich kann es nicht annehmen der erste stream und direkt fällt hier alles ins wasser technik also play online müssen wir erst mal rein wer kreiert eigentlich gerade eingeladen aber nicht im spiel ach so oder geht das moment das geht über steam ja sekunde ja da ist was da ist so ein komischer dumpf irgendwie hat er so eine komische einladung farben mäßig ich bin rot ich behalte meinen grünen ich bin oder hatte ich lila warte mal streiten im grün hallo ich bin nicht drin jetzt habe ich blau bin ich denn da ich behalte mein lila und fuchs behalte ich auch das ist nicht lila du hast blau ne ich hab lila steht doch bei allen lila ne bei dir glaube ich du hängst irgendwie bei dir ist blau drin keine ahnung warum bei allen anderen ist lila drin wieso nimmt der jetzt nicht an dass ich ach so ich muss also ich mache einfach alle spiele rein aber limitiert es auf 33 koppletts sonst dauert das immer so lange dann sind wir jetzt zwei stunden da auf drei oder was ach so ja von den fünf dingern bei mir steht nämlich immer noch fünf deswegen ja das mache ich gleich einen moment ohne moment ich weiß nicht ob ich das überhaupt werde doch ich sehe es okay so welche karte wollte die hier wollte die hier als sie wollte die schöne die pimmeltauen karte pummeltauen naja okay ich habe ab 18 eingestellte das mache ich auch so aber bitte nicht die leute beleidigen anna du darfst auch gerne auf ready drücken wieso bist du eigentlich der clown du weißt ich hasse clowns ich mache dich als erstes nieder also dann wünsche ich euch viel glück beim spielen du sollst doch nicht lügen du cheater mit deinem controller echt ehrlich stimmt ihr alle mit einem controller ich bin ich habe ich habe keinen controller nein ich spiele mit der zertur dankeschön dann ja verlieren wir jetzt kackt uns discord mittendrin wieder ab weil die anna war gerade so ein bisschen blechernd irgendwie dürfen wir jetzt alle gleichzeitig ne oder ja warte mal wie ging das mit der tastatur wer anfängt ich mag die irgendwie ich hasse diesen typen aber ich glaube der ist überall oder der einen kaputt schlägt da der läuft immer wieder rum für die leute die jetzt wissen was das hier ist das ist pummelparty das ist wie mario party im prinzip nur halt ein bisschen ein bisschen brutaler sagst du einfach ach so ich bin dran so ich benutze item ich habe kein item schade kann ich ja ich hallo ich musste rausgehen vorher ähm ja der ist jetzt links toll das bringt mich nach rechts nichts genau du bist des todes äh so oje ja klar ja schon wieder gescheatet also jetzt gibt es ja gar nicht ja immer dasselbe mit euch kommt wieder unser einzugschüler hier ja genau du hast wieder eigene würfel dass ihr immer denkt dass ich ein cheater bin das ist das schlimmste von allem ja das wissen wir ja und schafft äh wieso naja du hast doch ist doch gut gut gemacht bei dir nicht so beide genau derselben scheiß trick ne das waren noch nicht drei doch das waren drei aber wo läuft der killer wieder hin natürlich zu mir jetzt auch richtig so ja also ich weiß was gut ist du hast es verliebt oh das ist gut das liebe ich das ist das einzige was ich liebe ja ach so ich muss warte mal ich muss drücken was muss ich denn ach so space schatz da steht alles da was ihr drücken was bin ich denn lila oh ich bin sonst auf der anderen seite ok hallo ach so mist ja ich weiß wie ich weiß wieder wie es geht ja ok scheiße nein nein ich hab zu spät reagiert ich hab die ganze zeit überlegt so da waren noch welche drin die du nicht treffen durftest ja drückt ab drückt ab jetzt das ist gemein mind game das sieht echt gut aus das habt ihr wieder können ja weil sie spielen das schon jahrelang ne und wir fangen an wir sind neu das ist neu ja 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 was war das gerade ey ich hab bis auf den anfang habe ich mich mal vertan habe ich alle getroffen wieso bin ich auf den letzten weil du auch die bomben getroffen einmal ja mehr nicht also du hast die öfter getroffen als ich zweimal ja ja wieso bin ich dann letzter da würde ich mir echt mal gedanken drüber machen ja das spiel ist generell so ein bisschen unnötig teilweise vielleicht im ersten hier jeater komm geh dahin zu dem das ich umbring stimmt das ist okay ich habe nur noch einen schlüssel das ist okay damit habe ich kein problem der kann man mich ruhig umholen Schatz ging ja aus dem weg oh das ist schön danke ich hätte die bombe nehmen sollen für euch Ja, du weißt doch, was wir letztes Mal gesagt haben. Halt dich dran. Nein, ich will es schließen. Achso, mit E. Es steht unten am Bildschirm. Also Leute, ich weiß nicht woran es liegt, aber da kannst du nicht hin. Ach, das ist andersrum. Sag mir das doch im Voraus. Du musst da einen weiter runter gehen. Jetzt muss ich eine Ähren holen. Ja, genau. Hau ihn um! Klatschen weg! Das hat er verdient. So, jetzt weißt du, warum ich 18 eingestellt habe. Blutiges Gemetzel. Ich denke jedes Mal, ich fliege hier raus. Das kennen wir nicht. Was ist das? Ihr müsst den leuchtenden Kugeln ausweichen, in denen ihr hüpft und lauft. Ach du Scheiße. Ja? Ja. Also ich bin direkt tot. Ich merke es jetzt schon. Sowas habe ich immer gehasst. Also mit Space springst du? Ja, okay. Oh! Danke! Die kamen direkt... Du kannst einen Doppelsprung machen, Schatz. Ja, habe ich gerade gemerkt. Es ist ja wirklich wie ein Resident Evil hier. Wir werden gleich gewürfelt. Vor allem die Grafik! Uh! Oh! Was? Man kann doch runterspringen! Musste aufpassen! Aua! Aua! Wo bin ich? Hallo! Nein! Ja! Ich bin nicht letzter! Oh, sorry, Schatz. Wieso bist du so braun? Du warst doch eben... also so grau irgendwie. Habe ich so eingestellt? Nee. Auf dem Spielfeld ist du nicht so. Das ist das Licht. Was für Items hätte ich denn? Ach doch, komm! Eine Bombe! Oh! Ein Abriss! Ja, so sieht es dann aus, wenn man sagt, mein Freund kriegt einen Abriss, ne? Oh, da liegt er noch. Da liegt er noch. Ihr seid so nett zu mir. Äh, wie machst du das? Mit O? Ja. Ja. Ja, der ist gut, ja. Das ist mies. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dass der Dompf räche wird. Aber so richtig hart. Ah, scheiße. Indem ich einfach nochmal zwei von diesen Dingern kaufe, ja. Man kann das kaufen? Warte mal. Nein. Ja, gleich nochmal auf ihn drauf. Genau. Nee, oder? Ich bin mal nicht so... Ich spiele erstmal noch. Naja, komm. Hi. Hi. Das war jetzt doof. Oder? Achso, nee, da bist du. Nein. Doch. Das war gut von ihm. Er hätte doch nach links gehen können. Ja, damit... Das Schwäßchen von dem Dieb. Boah, der liegt ja noch voll auf der Straße. Ach, das Ding. Ach, nö. Uuuuh. Oh. Das kann ich nicht spielen, das ist scheiße. Ja. Achso, ich bin oben diesmal. Das ist doof. Spiel lieber unten. Ach, nö. Toll, ich habe auf den anderen geachtet. Oh, nö. Ja, wie soll ich denn rechts und links gleichzeitig machen, Leute? Schnell? Ihr kriegt noch nicht mal eins von beiden hin. Oh. Voll, das ist klasse. Das war ja rechts und links, wirklich gleichzeitig kamen die anderen gerade. Oh. Ja, wo kam der jetzt her? So. Ich habe so das Gefühl, je mehr desto schlimmer. Ja. Warum zieht ihr eigentlich immer auf mich? Das machen wir gar nicht. Ich kann das nicht bewusst machen. Ich muss einfach nur immer dahin. Scheiße. Nein. Wie habe ich gewonnen? Die blöde Puh. Die hast du bei mir alle reingedonnert. Das habe ich genau gesehen. Liebe. Sagte sie jetzt, nachdem sie mich alle, äh, nachdem sie die bei mir alle reingedonnert hat. Ja, aber ist noch halb runter dann. Jetzt müsst ihr ja eigentlich nur noch beide, äh, Bombe draufschmeißen, dann ist ja he. Ja, aber das wäre ja auch so mit der Bombe. Aber dann habt ihr halt echte Probleme mit ihm, würde ich mal sagen. Wieso? Dann hätte ich die erste Bombe raufgeworfen. Wobei ich sowieso keine Bombe habe, davor mal abgesehen. Ja. 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 Jetzt endlich. Hm. Ja, hier kommt mich beim Laus drauf. Das finde ich auch unlogisch, dass du dann da nicht da drauf stehst, sondern daneben stehst, wenn du dran bist. Oh, ich darf auch noch mal. Oh. Aber nur eine Eins. Nur eine Eins. Achso, das habe ich nur dran. Äh, wenn ich da durchgehe, ziehe ich automatisch an, oder? Ja, ja. Die kriegst du automatisch die Dinger. Ja, muss ich nicht beim draufstehen oder so? Nee, 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 die kriegst du nicht. Nur deine kriegst du nicht wieder. Oh, jetzt hat er sich auf mich eingeschossen, ich wusste es. Soweit, Leute. Dann nicht. Nee, ich glaub, der geht wieder zurück. Dann, oder so, oder? Oh, nicht damit. Was ist das? Dann ist das Deutsch. Wie, was? Es mag das Spiel nicht. Moment, Aida ist jetzt der, der am Blitzen ist. Mhm. Was macht der jetzt? Oh, nein. Das ist Lars, der blitzt. Oder? Ich muss euch fangen, oder was? Keine Ahnung, einer von euch muss... Also, einer, der blitzt. Ah, nee, 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 mach die. Ja, mach die. Die Platten da unten kaputt, und man muss... Man darf halt nicht runterfallen. Man muss bis zum Schluss oben bleiben. Man darf nicht runterfallen. Die Platten gehen... Was heißt runterfallen? Ja, die Platten fallen. Ja, die sind doch zu. Die sind nicht zu. Die sind jetzt da drunter. Die sind jetzt da drunter. Das Gitter. Die sind da drunter wahrscheinlich. Toll, und ich... Das sind Stacheln. Also, so wie Snake quasi so ähnlich. Das, äh... Äh... Nee, ich kann mich aber nicht mehr bewegen. Guck mal, ich teaback dich jetzt. Nee, nee. Oh! Haha, jetzt jagst uh, wir haben nicht teabackt! Oh scheiße. Ich bin rübergefallen. Nein! Ich auch. Kam gerade in dem Moment, wo ich drüber gelaufen bin. Ich hab vergessen, dass man nicht hüpfen darf. Er kann. Ah... Ach, da sind Stacheln drunter. Ja... Errungenschaft freigeschaltet. Ach, nur die ersten beiden kriegen was. So eine Sauerei. Deswegen krieg ich nie was. Aber letztes mal habe ich so viel gehabt. Ach, ihr kriegt immer die coolen Felder. Naja. Ach nee, ich dachte jetzt, er haut ihn jetzt deswegen. Boah, das ist fies. Ist das fies. Das ist nicht ganz solle lieb. Ja, ja, das gibt Rache, das gibt Rache. Ich weiß. Das bringt mir alles nichts. Moment, mit V? Ne. Ja. Ich muss auf jeden Fall die Runde laufen, wenn überhaupt irgendwas geht. Zwei Stück. Das heißt, es bringt mir sowieso nichts, weil einer von euch eh schneller da sein wird. Also sprich, Anna dann. Der Typ ist hier rechts von mir, ne? Es gibt ja mehrere von diesen Geistern in diesen Gittern. Ja. Aber man kann ja nur diesen Wirbel kannst du nur beim Spiel benutzen. Sei denn, du kriegst einen aus der Geschenkkiste, ne? Der geht, glaube ich, auf irgendein Feld, ne? Ja, der geht auf das Feld, also der bei der Geschenkkiste auf das Feld, wo so ein komischer, so eine Serie ist. Ja, genau. Also, mal gucken, was haben wir hier. Mal gucken mal. Ich habe mich nur ein bisschen geheilt. Schnell weg von diesem blöden Penner da hinten. Ja, der war mir auch nicht ganz so geheuer gerade. Und erheilt man sich gleich wieder. Und hallo, Romerus, ich kann es nicht aussprechen, Romerus, sorry. Ja, hi. Ach, ne Därme. Er ist für Viert insgesamt. Ja, gut, das geht ja noch. Ach, das Teil, ja. Er meinte drei, also ich denke, es ist ein R, er meinte drei Stück sind auf der Karte insgesamt. Ja, genau, ja, stimmt. Ich war jetzt gerade um Überlegen. Ich wollte gerade sagen. Da hast du vollkommen recht. Sag doch, dass ihr auf mich wartet. Äh, wo bin ich? Da bin ich. Ähm, ach scheiße, du konntest ja auch boxen, ne? Ja. Geht mir bloß weg. Du! Ich habe dich nicht geboxt, das war nicht berührt. Ja, 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 ja. Hätte ich jetzt auch gesagt. Oh Gott. Nein! Ich bin irgendwo in den Sack. Schalte um! Warum schälst du mich um? Ach du blöde Scheiße, warum schält das Ding jetzt um? Also es ist ein... Ich kann jetzt nur kurz gucken, weil ich muss ja gerade laufen, aber es ist ein R. Er heißt Paul. Geh weg, geh weg, geh weg! Nein, ey, das war ein Mist. Das warst du doch gar nicht. Das war... Das war Paul, wollte ich gerade sagen. Paulleiste. Oh Mann. Aber das finde ich ja cool, dass das hier so funktioniert, dass wir alle zusammen diesen Chat sehen. Ja, danke. Wer war das? Ich nicht. Nein! Wir sind auch ganz, ganz nah und haben den ersten Stream gleich mal zu viert gemacht. Ach so, ihr seht den Chat auch. Sag mir das doch. Ja. Wir müssen ja erst mal... Das habe ich doch gerade eben. Wir sehen den Chat nicht. Du! Nein, das war ich nicht. Bleib da liegen, ich komme! Du! Ey! Scheiße. Ich bin letzter, Mist. Romerus oder alter? Ach so, ah ok. Jetzt habe ich es verstanden. Sorry, ich konnte jetzt gerade irgendwie nicht gucken. Die wollten mir hier weg. Ich habe jetzt gar nicht gesehen, wer jetzt gerade Platz 1 war. Ich war 1 oder was? Nein! Doch! Ich war... Nein! Ja! Nein! Scheiße! Scheiße! Ja, das stimmt. Aber warum bei dem ich mich das Twitch so mache? Mach einen Tausch. Nein! Also ich muss... Ich muss ganz ehrlich sagen... Hallo! Darf ich auch mal sprechen, Leute? Nein! Wir verbieten die... Ich mute euch gleich. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Paul, YouTube steht bei mir, was die drei... Also YouTube, Twitch und Mixer. Achso, ich bin das, die spielt. Sag das doch. Ähm... Steht bei mir im Moment an letzter Stelle, weil man einfach viel zu wenig da machen kann. Und dann... Ja, die Qualität fand ich jetzt auch nicht so gut. Jetzt habe ich gar nicht gesehen, wo das Ding jetzt gerade war. Warte mal. Ähm... Mixer ist jetzt heute mein erstes Mal, aber ähm... Ja, ich muss ganz ehrlich sagen... Nein, eben nicht! Das stimmt! Dann halt... Achso, ich muss hier wieder rausgehen, ne? Dann halte ich mich halt eben kurz. Also ich finde es auch recht gut. Ja, jetzt einfach... Ja, jetzt muss ich dazu... Nee, nee, ich muss dazu sagen, das ist Berufskrankheit. Wenn du Geschichten schreibst, beziehungsweise Bücher schreibst, kannst du dich nicht kurzfassen. Weder in WhatsApp noch sonst wie. Ey! Das gibt Rache. Du hältst dich nicht an unseren Plan. Mach! 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 Was hast du denn mit mir wechseln? Benutzt auf dem. Das weiß ich auch nicht, weil sie stand direkt davor. Ja, du hast... Nee, du bist doch tot, oder nicht? Du bist doch tot! Nein, du stehst... Sie steht direkt davor. Ja, die hat... Du hast so eine Bomb gehabt. Nicht genug Schaden! Hab ich nicht gesehen, so ein Mist. Die live kenne ich nicht. Die live kenne ich auch nicht. Okay, nee, sagt mir das auch nichts. Ich muss auch mal angucken. Okay. Oh Gott, nicht das. Oh, ein Shooter. Ach, das... Ja, ja. Nachdem ich dann festgestellt habe, oben gibt es auch Waffen, ging es dann etwas besser. Okay. Oh, das wird gleich die Reinstieg-Katastrophe. Ja. Also ich mag Shooter, aber das ist natürlich etwas anders als die anderen Shooter. Achso, ich muss noch... Sag das doch! Ich bin ja so fasziniert von dem Clip gerade. Ich bin alleine! Ja! Oh Scheiße! Ich kann nicht mehr zielen! Nein! Ich bin ein Waffe! Mann! Ich hab dich nicht erwischt! Warum nicht? Oh fuck! Nein! Nein! Geht da rüber! Nein! Oh! Oh! Ich hab aber irgendwie kein Ziel! Kann das... Oh Gott! Keine Zielerfassung! Kann das sein? Nein! Nein! Ich wollt grad die Waffe nehmen! Ha! Ich hab das erste Mal jemand gekillt gerade. Das ist nicht nett. Erstmal bin ich grad gestorben. Blöde Kuh! Ich wollt mich grade umdrehen! Sag mal! Bitch fight! Immer wenn du am Springen bist. Aber der springt dann nicht, sondern wartet erstmal bis er erschossen wird. Ich hab nur oben und sniper dich weg ey! Das ist... Stimmt doch gar nicht! Ha! Ich lauf die ganze Zeit rum! Der einzig, der hier oben rumsteckt, ist unsere Züge! Ich hab dich nur erschossen! Aua! Was denn? Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Nein! 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 Fuck! Nein! Aber ich hab wenigstens noch einen Treffer! Kannst du uns vielleicht ein kleines Feedback zu der Qualität des Streams sagen? Ja, weil wir hören uns doppelt, dreifach und vierfach. Deswegen können wir das nicht anmachen. Achtfach. Ich hab alles gemutet. Ja, das ist so ein Hallen, wenn ich eins anhabe. Deswegen... Oh! Neun! Das war jetzt eine Zahl, die ich nicht würfeln wollte. Ich glaube, er ist schon geflüchtet. Er wird ihn nicht mehr angucken. Nachdem Silke geschwätzt hat, sofort... Oh nein! Er hat nicht genug Schwisten! Äh, warte mal! Wie viel braucht man überhaupt nochmal? Ja, genau! Deswegen war das eine Zahl, die ich noch nicht würfeln wollte. Leute! 40 braucht man! 40! 40! 40, okay! Wo bin ich? Achso, da! Okay! Open! Ignore! Du musst Ignore machen! Da gewinnst du mit, Anna! Oh Silke, das lädt mich jetzt echt an, Kotze! Moment, der steht neben mir, ne? Hab ich gar nicht mitbekommen gerade. Ja, aber da kommen sie nicht hin! Ne, ne! Der Typ steht hier neben mir! Das macht mir gerade mehr Sorgen! Ach weißt, das solltet ihr keine Sorgen machen! Du läufst jetzt weit genug weg! Genau, und steht Anna noch dazwischen, das ist gut! Regenbogen-Gedanken machen! Shit! Nein! Meine schönsten! Ja komm! 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 Bitte nicht! Ach, ich hab vergessen, dass ich ja noch was hab! Stimmt ja! Siehste? Es kriegen... Oh! 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 Ne, ne! Er kann ja noch würfeln! Aber... Jaja, aber kaputt wird er wahrscheinlich trotzdem sein! Aber er kriegt... Danke los! Er kriegt... Er kriegt den Geist! Dankeschön! Ich fühl mich dann viel sicherer! Ne, oder? Doch! Lebt mich ehrlich! Und er kriegt wieder die blöden Felder, jetzt kann er sich wieder... Ne! Nimm ihn! Nimm ihn! Nimm ihn! Nimm ihn! Nimm ihn! Das ist Karma! Ja! Wie tragisch! Schatz, ganz ehrlich, du hast dich eben selbst gefickt, als du mich angegriffen hast! Ja, das stimmt! Ich hätte echt... Ich hab nicht aufgepasst! Nicht schreien! Was hat das wohl bedeutet? Och, ne! Nicht rennen! Das heißt, dass wir zu böse Ausdrücke benutzen! Ja, vor allem hier fahr ich dauernd gegen die Wand! Der nimmt das nicht an, irgendwie stellenweise! Und nein, es liegt nicht an meiner Fahrweise! Ich hab's nicht verkackt, Leute! Die Soundmischung ist an denen! Okay, super! Danke für die Rückmeldung! Ja, scheiße! Aua! Aua! Hast du hier irgendwo auch nicht Bremsen? Ich wusste es nicht! Ja, auf B! Was? Wo? B wie Bremse! Ne, ernsthaft jetzt? Oh, Silke! Ja, ich kann diesen Scheiß nicht! Vor allen Dingen, letztes Mal habe ich schon zwei Runden gefahren, da standen und nicht mal das eine beendet war! Das war total seltsam! Nein! Ich bin nicht schlecht im Fall! Ich hab grad die Tür nicht! Anna, ganz ehrlich, bei GTA hänge ich die meisten ab, aber mit dieser Steuerung komme ich überhaupt... Warst du das grad, Anna? Ja, ich hab die Anna überholt! Warte, warte, warte! Ich hab doch noch eine Chance! Ich hab doch noch eine Chance! Wo muss ich hin? Da! Nein! Nein! Aua! Was? Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Wie heißt das? Ähm... Ähm... Nicht Shalom! Ähm... Wie heißt das jetzt hier? Ähm... Woosa! Genau! Wo komm ich... Nein, geh weg da! Ja! Nein, geh weg! Ich kann dich doch nicht wegstoßen! Ich wollte dich gerade wegstoßen! Aha! Jetzt waren wir schon so asozial hier! Ja! Ich sag nur Rocket League, ne? Youtube! Ich hab alles auf Video als Beweis, wie du spielst! Ja, das stimmt! Ich hab heute auch wieder das Video angeschaut! Das ist einfach so witzig! Ich fand den letzten Kommentar so geil! Sorry! Den musste ich dran lassen! Don't win! Oh, ist das langsam! Wieso sind die Männer schon vorne? Ja, was soll ich denn machen? Ich bin direkt auf Lars! Ich hab gesehen! Ja, du spielst ja auch mit dem Controller! Das ist viel einfacher! Mhm! Wobei... Ähm... Ne, Lars hat auf! Haha! Tschüss Lars! Nein! Scheiße! Ach, ich kann doch rückwärts fahren! Oh, guck mal! Ich kann rückwärts fahren! Nein! Warum kann ich... Nein! Ich war noch gar nicht ins Ziel! Aber das ist wirklich die Map, von denen die ich bisher kenne, die ich am allermeisten hasse, weil ich mit der Steuerung so überhaupt nicht klarkomme. Also mit dem Fahren jetzt. Lass doch mich wegbomben! Das lohnt sich bestimmt, wenn ich am Anfang bin. Okay, das hört sich auf jeden Fall gut an, auch wenn ich keine Ahnung habe, was Blockchain heißt. Ähm... Blockchain? Das ging jetzt an dich. Du dürftest das eventuell wissen. Was? Was? Lest mal in den Kommentar. Aber ich kann nicht mal reden. Normalerweise höre ich mich gar nicht so. Normalerweise höre ich mich viel sexier an, wenn ich rede. Aber wenn ich mit denen spiele, höre ich mich immer so an, als ob ich so eine Großmutter bin oder so. Okay, aber dann glaube ich, dass es sowas vielleicht nicht mehr lange gibt, oder? Ich meine, wer betreibt die Situation, wo man selber kein Geld einnimmt? Schalten die Werbung vielleicht? Ja, das kann natürlich auch sein. Oder die werden vielleicht Spenden finanziert. Das könnte vielleicht auch noch... Also jetzt Spenden von jemand Dritten quasi, ne? Okay. Ja, ich finde Twitch, das geht sowas von gar nicht. Einfach diese Behandlung von den verschiedenen Streamern, was da teilweise verbreitet wird. Deswegen finde ich... Ja. Ich finde das jetzt gut, dass... Hauptsache nicht Twitch. Ja, genau. Ich finde es gut, dass da jetzt Ninja zugelassen hat, sich kaufen zu lassen. Ohoho. Achso, ich bin das. Sag das doch. Ich dachte, du bist das. Und so werden jetzt wahrscheinlich hoffentlich viele Leute nach Mixta gezogen. Einfach weil man es halt auch hört. Und dann wird man einfach feststellen, dass allein durch die Regeln, die Mixta hat, nicht mehr so viele Skandale entstehen können. Oh, ich hasse es. Ich hasse es. Ich find's geil. Ne, also das Fliegen ist noch okay, aber dadurch, dass das verkehrt herum ist, wenn ich nach unten drücke, flieg ich nach oben und das kann ich gar nicht. Ich kann's nur richtig rum. Hm. Das ist das, was gar nicht geht. Wenn man es mit einem richtigen Flugzeug vergleicht, ist es in deiner Ansicht wieder falsch rum. Ja, aber du musst immer umdenken und alles. Das geht gar nicht. Hallo? Hallo? Was macht der? Oh! Pfff! Ich war doch noch gar nicht am Boden, jetzt mal ohne Scheiß. Äh, wie konnte man nochmal drehen? Oh, das weiß ich gar nicht mehr! Ich hab ja meine Tasten vergessen, wie ich nochmal drehen konnte. Ähm, war das nicht... Ne, mit ASWD kann das... Nein, das Rollen! Ich muss ja rollen! Ja, das hab ich gerade versucht! Du musst nicht Pfeiltaschen! Ach, Pfeiltaschen! Ah, okay! Pff! Ja. Ich roll nicht. Rollen find ich zu kompliziert. Ja, aber dann kommst du nicht überall durch. Weil da sind ein paar Sachen, wo du echt scheiße nur fliegen kannst. Ach, du kommst wirklich überall durch. Ja, ja. Ja. Ja, wie willst du durch eine Spalte durchfliegen, wenn du dich nicht zur Seite rollen kannst? Ach voll, Kai. Jetzt haben wir hier einen richtig interessanten Kommentar und man kann nicht gucken. Ja, das find ich auch gerade. Ey, Mann! Aber nochmal kurz zu Twitch, Leute. Nochmal kurz zu Twitch wollte ich grad gesagt. Also ich finde, von der ganzen Art her und von der Einfachheit halber, sag ich jetzt mal, vom Stream, find ich Twitch immer noch besser als YouTube. Weil es auch sehr viel mehr Sachen hat, die die anbieten. Aber, ähm, ich, ja, es fehlen mir halt auch ein paar Sachen da drin. Deswegen, ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt beim Mixer besser wird. Bei Twitch hast du halt die ganzen Zuschauer, ne? Und da sind ja auch viele Leute unterwegs halt eben. Aua, scheiße. Über, äh, die sonst YouTube machen und so. Ah! Pff! Hilfe! Oh, ich darf nicht reden und fliegen! Das ist so schön. Siehst du schon wieder? Vielleicht sollst du allgemein nicht fliegen. Nee, ich sollte allgemein nicht mehr reden, glaub ich. Achso, deswegen. Ja, wir können jetzt lesen, ja. Auch mal. Also, ähm, Paul war's, ne? Ich hab schon fast wieder... Es tut mir leid, dass ich mich grad nicht konzentrieren konnte. Jetzt habe ich scheiße gespielt und scheiße geantwortet. Das tut mir wirklich leid. Ähm, also ihr seid jetzt dran. Geil! Hä? Äh! Was? Was soll denn das nü? Achso, er hat dran! Du hast mich vorhin einmal angegriffen. Ich hab mich nur dafür gerecht. Wie ohne! Ja, ich muss mich auch noch reichen. Aber was, so reichen deine Schlüssel nicht? Komm, jetzt doch noch mal... Nein, kein Zungenfeld. Okay, kriegst du eh nach. Jetzt reichen meine Schlüssel. Sag mir Bescheid, wenn ich dran bin, bitte. Nee, erst mal bin ich... Nee, bin ich dran. Jetzt reichen's dir nicht mehr! Nein! Wenn ich D live lese, dann denke ich immer an eins live, irgendwie. Ähm. Also, ich finde generell diese ganze Inline-Währung, sag ich jetzt mal, dass man irgendwas verdienen muss, wodurch man dann, ja, bei Twitch glaube ich dann Smileys kaufen kann und so. Ich finde das irgendwie doof. Wobei bei Twitch kriegst du ja auch nur, ich weiß nicht mal, was man da verdienen muss, die Sachen, die du dann letztendlich nicht durch Gucken verdienen kannst. Also, wenn sie ein System haben, dass man das durch Gucken verdienen kann, dann finde ich das zum Beispiel besser. Ich weiß, dass ich hier... Das gibt's ja beim Mixer. Ja, ja, hier krieg ich so Blitze. Aber ich krieg jetzt... Also, diese Edelsteine krieg ich irgendwie gar nicht. Ja, die muss ich kaufen, glaub. Ja, glaub ich auch. Das ist so Ingame-Währung. Ey, Leute! Er hat jetzt Angst. Er hat Angst vor der Rache seiner Freundin. Leute, also... Sie hat mich einmal angegriffen, ich hab sie umgebracht. Das ist in Ordnung. Aber warum geht ihr jetzt auf mich? Nur weil ihr einfach nicht in der Lage seid... Wie kann man das Ding bewegen? Du musst... Du bist... Also, du musst hier... Achso, damit. Okay. Jetzt kommt die Rache. Ja, jetzt kommt die Rache von eben, Schatz. Boah! Boah! Da hätte ich so viel Klo kommen und da wäre Hegwäße. Genau! Das ist doch nicht Stratik. Achso, ich muss doch drücken. Sag mir das doch! Er ist doch vorne! Das hier die Währung einfach nur Zeit ist. Du kannst da jetzt einfach irgendein Ding rein... Guck, jetzt hat er 500 gespendet und was kommt da? Nein! Oh ne, das habe ich. Ach, Entschuldigung. Das waren beide Schlüssel. Oha. Entschuldigung. Hat mich verguckt. Hä? Oh ne, nicht das! Ich hasse es! Oh, das ist so übelst. Ich hasse es. Ich bin da voll schlecht drin. Ja, ja. Genau. Warte mal, wie geht man auf mit der Maus? Ja, mit der Maus. Weg da! Weg da! Kann ich dich nicht schlagen? Oh! Scheiße! Auch den gleichen Fehler habe ich letztes Mal auch gehabt. Das ist doch kacke! Mann! Äh, achso, du bist schon weg? Dann bleibe ich auf anderer Seite stehen. Anna! Nein! Ja! Der doofe Flo hat gewonnen! Ja, aber vor allem, er sagt immer, ja, das kann ich nicht. Und das... Ich mag den Kerl nicht. Ich hoffe, der guckt den Stream nicht. Hey! Hallo! Rommers up! Schön, dass du da bist. Ich kann nicht mal reden. Hallo! Ne, Moment! Äh, Quatsch! Nicht schön, dass du da bist. Schön, dass du mir folgst, wollte ich sagen. Oh Gott! Ja, danke schön! Wuh! Ich bin hier total durcheinander heute. Ich habe keinen Alkohol bekommen, ich habe keinen Schlaf bekommen, also ich habe keinen Sex bekommen heute. Ich bin total gaga. Ja, der ist jetzt nur 18. Ja. Der Zwecke ist so strange gewesen. Ich bin immer noch strange, aber ich bin immer strange. 1, 1, 1, 1! Das ist okay. Jetzt muss man aber dazu sagen, Anna, jetzt muss man aber dazu sagen, beim Lars geht jetzt so ein Seufzen durch die Gegend, wenn ich sage, ich habe keinen Sex bekommen, weil er ist ja nicht da. Andersrum wäre es jetzt schlimmer. Ihr halt gleich uns allen follow. Komplett, zack. Keine Alkohol. Ich kann nur, weil er schlecht ist. Oh nein! Ich kann mich nicht allein lassen. Diese Opfer, die brauchen auch mal was. Sie sind hier online mit ihrem Fanclub, jemand anderes Schlese nicht sehen. Sag mal, ich sage ja nichts, Madame, aber warum bist du eigentlich die Einzige, die kein Bild drin hat? Wie kein Bild? Kein Avatar. Sie war noch keine Zeit. Sie war noch nicht gewalt. Außerdem niemand will meine Franzi sehen. Ja, dann mal was. Ich muss mir gleich nicht mehr folgen. Mal was. Das ist doch die perfekte Werbung. Stimmt. Außerdem hast du ja noch so ein Projekt offen, ne? Ändert mich gerade da dran. Schön. Also ich habe auch noch ein Projekt. Ich muss die in DVDs zeichnen. Stimmt, ich wollte Spirit noch zeichnen. Aber bei Mixer darf man ja nur Gaming streamen und nicht zeichnen. Er freut sich bei uns zu sein. Nein. Oh, wir freuen uns auch. Einmal jubeln bitte. Wuuu. Wir haben endlich einen Freund. Ja, wir machen das nur, weil wir niemanden kennen und mit niemanden spielen können und weil wir sowieso immer alleine zuhause rum sitzen. Wir brauchen Freunde. Wir haben uns sogar gegenseitig bezahlt, dass wir so tun, als wären wir interessant. Warte mal, ich habe noch... Oh, das ist schön. Ich habe noch... Warte mal. Ähm. Achso. Ne. Sag doch, dass ich da drauf klicken muss. Ähm. Entschuldigung. Ja, die Rache, die kommt gleich. Ich weiß. Das Imperium schlägt zurück. Das Imperium schlägt zurück. Ja, aber wir Frauen untereinander, wir dürfen uns ja nichts antreten. Und jetzt, jetzt muss ich ja ganz... Oh Gott, ja, das Karma ist schon unterwegs. Ich sehe es. Oh, nicht das. Ich hasse es. Ja. Aber mal ganz ehrlich, der Lars hat mir versichert, dass er mit mir zusammen euch beide platt machen wird. Und das erste Ziel, was er hatte, war ich. Also jetzt hat er ausgeschissen. Jetzt heißt es Frauen gegen Männer. Guck mal, merkst du was? Ja, da hat er allerdings recht. Mit dem Spiel können Freundschaften brechen. Weißt du, das ist genau das, was ich meine. Oh Mann. Ich hab jetzt so oft wegen euch geschrien, ne? Geh weg! Schatz, geh weg! Geh weg! Ich lauf dir einfach hinterher. Ah, nein! Alle kummeln sich hier. Jetzt könnt ihr mal aufhören, mir hinterher zu kommen. Ich mal mir da mal eine Karte von dir nicht. Ja, ich komm, wir fummeln. Wir fummeln. Nein! Scheiße! Nein! Ah nein, hilf mir! Nein! Nein, warte, der ist hier so ganz glück gelaufen. Nein! 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 Bleib doch mal stehen! Nein! Nein! Oh, komm! Licht, Licht, Licht! Komm, komm, komm! Boah, ich verreck hier gleich, ehrlich. Ja! Ach man, wieder so ein Schritt zu viel! Leck mich doch! Nein! Scheiße! Da, 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 da! Ey, ich wollte nach oben, nicht nach links! Es ist aber auch ein bisschen blöd, mit ASWD zu laufen, muss ich jetzt zugeben. Ich mach jetzt... Nein, nur noch 5 Sekunden! Lauf! Ja! Lauf! Scheiße! Siehst du, Schatz, das haben wir jetzt davon, weil du nicht mit mir im Team arbeiten wolltest! Sie haben gewartet, bis ich nach Vommelklaufe bin, diese, ah, diese Cockos! Ja, ja, Paul, das hab ich versucht! Und dann bin ich irgendwo an der Kante ganz leicht ausgerutscht, weil der blöde Flo mir... Du hast dir gerutscht, du hast auch auf, weil du da stehst! Nein! Der blöde Flo ist auch da rumgelaufen! Ich nenn' dir nur noch blöder Flo jetzt ab jetzt! Miss Cocker! Sehen Sie sich! Miss Cocker! Miss Cocker! Ja, ja! Du bist auch Miss Cocker! Nein, ne, du bist Onkel Cocker! Du bist Onkel Cocker! Lady Cocker! Von Joe Cocker die Frau! Yes! Oh! Nein! Ich hab Conan noch gar nicht hochgeladen, da wir da nicht mehr weiter mitgemacht hatten! Doch, das war gut! Deswegen weiß jetzt niemand, wer die Cockers sind! Stimmt, wir müssen eigentlich noch die Cockers hier was genaueres... Oh! Nein! Ich hab doch gar nichts! Ach, du saugst von mir! Mama! Du Schwein! Oh, guck mal! Ey, so viel Männer gegen Frauen! Ich vertraue dir nicht mehr, ganz ehrlich! Ja, sie ist auch grün! Hast du mir jemals vertraut? Bis gerade habe ich dir blind vertraut, aber jetzt hast du es echt verschissen, Anna! Oh nein! Jetzt will Mama spielen! Hahaha! Was habe ich denn überhaupt so? Hallöchen, Pöhlchen! Ach komm! Ja gut, ich hab genug, auch für den Nächsten! Wenn Männern und Frauen es zuzutrauen! Jaja! Jeder ist sich selbst der Nächste hier, ich merke das schon! Hahaha! Ich hätte das eben bei Anna auch machen können, weißt du? Aber ich habe es nicht gemacht! Und was macht sie? Naja! Hat mich mal ihre Freundin genannt! Das ist dann jetzt wohl passé! Hahaha! Hahaha! Oh, ich kann nicht mehr lachen! Ich hab den Hals voll! Also nicht so! Nicht so! Hahaha! So, mal gucken! Hahaha! Ey, wir müssen eigentlich auf den Laust gehen! Nein! Ja! Du musst dich rächen an deiner Ex-Freundin! Was? Ne nehmen wir denn jetzt! Ne nehmen wir denn jetzt! Ich nehme sie! Also ich würde dich an deiner Ex-Freundin rächen! Die hat sich gerade... Was? Boah! Hahaha! Hey, danke schön! Du hast dich jetzt ausgeschissen, Anna! Nein! Gleich kommt von ihm! Äh, nein! Ich will dich auch nicht als Freund! Okay! So! Nein! Ich guck doch immer nach rechts und links! Das nennt man Karma! Wir tauchen den um! Wir tauchen den um! Hä? Wie kommt ihr in die Richtung? Gefährlich! Habt ihr gerade den Pillen-Alarm gehört oder war das lautlos? Scheiße! Ja, okay! Das hat überhaupt nichts damit zu tun! Nein! Bei mir meine ich! Echt? Bei mir war er auch! Ihr seid so blöd! Nein! Ach ne, die dürfen wir ja nicht nehmen! Sag das doch! Oh, ich hasse das! Dieses Konzentrierte! Und dann will ich immer zur Gegenbahn laufen! Also wir müssen demnächst dann auch mal Golf streamen, ne? Das ist euch klar! Oh! Oh! Aber damit Kollision! Kollision, genau! Wie gesagt, man hört Silke ausrasten! Nein! Ich bin die, die mal als letzte schlägt! Deswegen! Jetzt hab ich euch meine Taktik verrat! Scheiße! Ah nein! Ich guck hier bei... Bei der Anna guck ich die ganze Zeit! Mann! Ja, hast du gewundert, wie gut du bist, oder? Nee! Ich hab dich gewundert, warum das bei mir jetzt nicht mehr reingeht! Oh nein! Ich... Oh! Ach, leck mich! Das wird immer schneller! Ja, das ist gerade so schnell! Nein! Ich glaub, äh... Oh! So schnell! Flo kennt das schon auswendig, wie die kommen! Nee! Ja, ja! Ich bin einfach nur jung! Ahhhh! Ja! Ja! Lars, du bist so tot! Ich war so schlecht! Ich war so schlecht! Das ist ja nicht gleich schlecht! Ohhhh! Hm! Ach, wegen dem blöden Floh, ne? Ey, kriegst du so wieder! Blödes... Ja, nö! Ich hab die Seele! Was sag ich? Ich hab die Seele! Ja, super! Was ist das denn? Ach so, du bist... Nee! So, kass! Ohhhh! Ich dachte, du fährst... Und dafür hat sie vorher von mir die ganzen Schlüsse geklaut, weil sie sie sonst nicht hätte nehmen können, ne? Diese Pläne oder... Ohhhh! Ich bin so ein Freaks! Ja, ich wollte auch ein Wort mit F gerade sagen! Hey! Ist das gemein! Ähm... Das meinte ich natürlich nicht! Ich hab nur noch Erste-Hilfe-Kasten! Was ist das für ein Mist hier? So, pass auf, Anna! Jetzt mach ich dich platt! Jetzt mach ich dich platt! Mama will spielen! Und läuft an dir vorbei! Nein! Komma! Nur weil ich jetzt von DBD-Killern anfange, oder was? Wieso hab ich wieder Schlüssel? Hä? Ach nee, ich hab ja Leben verloren, ja. Ja, ja. Also wenn man auf Silke draufhaut, ist die jetzt... Was soll denn das? Mann! Ich hab's jetzt gar nicht mitbekommen, ich war grad am Lesen. Warst du das jetzt? Da müssen wir jetzt gegen kämpfen. Ja, zu Recht! Immer gegen Platz 1! Ja, ähm... Also wenn's danach gehen würde... Anna, ich muss uns ein Hotel buchen. Ja, ihr habt grad gesehen, voll geiles Vicky-Hotel. Dann machen wir zum Urlaub, bitte! Bitte! Ja, ich wollte hier Urlaub machen, ich hab ja sogar schon gespart! Ein Wort mit F wäre gesucht. Eine Woche später ein Hotel dafür gebucht. Ja, da waren wir auch grade. Flo! Er checkt's noch nicht so ganz. Ich bin ein bisschen langsam. Ich bin ein bisschen langsam. Was soll denn das? Ich mag das nicht. Er hat jetzt an Fuck gedacht, glaub ich, oder so. Ja, das hab ich mir auch grade gedacht. Ich hab versucht, meine Haare hochzumachen. Ich hab die Kopfhaut erwischt. Aua! So. Ach so. Oh ne! Was ist das denn? Warte mal. Das hab ich irgendwie immer voll Glück. Warte mal, kannst du das bestimmen, wo du hingehst? Ja, ein bisschen durchs Laufen. Aber du bist halt extrem schnell. Du bist halt voll schnell. Also du kannst springen. Slash ist jetzt dieses... Weit, äh, schnelle nach vorne, nehm ich mal an. Das ist Schlagen. Schlagen. Slash. Schlagen. Und nicht der Gitarrist. Schlagen. Ach so, die laufen die ganze Zeit so schnell. Schlagen. Mit den ganzen Hits. Und diesen komischen Männchen. Ja, ich muss jetzt an Flash denken, deswegen. Was war das? Was war das? Ah! Oh! Ach so, ich in der Wand drin sagt mir das doch. Hä? Ich greif euch an und bin selber kaputt. Ich versteh jetzt irgendwie nicht so ganz. Ich drück die ganze Zeit drauf. Ja, das ist so ein dummes Spiel. Warum schaub ich immer? Ach, jetzt spiel ich hier mit Flo weiter. Scheiße. Ich bin durch zwei von euch durchgelaufen. Und trotzdem bin ich kaputt. Also anscheinend, wenn ich euch kaputt mache, geh ich kaputt oder so. Keine Ahnung. Also die, die hier gerade am meisten meckert, hat am meisten Punkte, ne? Ich seh hier nix. Ich muss mich hier drauf konzentrieren. Ich krieg irgendwie gar keinen. Warum? Oha. Oh mein Gott! Ich hab null! Ich hab einen Teleporter bekommen. Muss man aber erstmal wissen, wie man damit umgeht. Ich weiß das. Ach scheiße, ich hätt aber vorher gucken sollen. Ah ne, ich kann jetzt immer noch gucken, ne? Warte mal. Da ist aber was. Da ist aber was. Da ist aber was. Warte mal. Hier ist aber der Typ, ne? Ah ne, das ist... Nein. Ah fuck, ich war gar nicht so... Aber 40 war jetzt richtig, ja? Es waren keine 50 Schlüssel. Ja. 45, genau. Was denn? 40 oder 45? Du hast eben 40 gesagt. 65. Anna? Ja? Was hast du bezahlt? Wie viel Schlüssel du bezahlt hast? 40. 40, immer 40. Ja, er hat grad 45 gesagt, deswegen... Ja, er will dich doch ein bisschen. Ja. Ja, aber das irritiert mich. Ich hatte irgendwie 50. Guck mal, hier kommt das beste Spiel aus. Wir haben einen wahren Spiel. Er wollte nur was kleines reimen. Es warst du. Das, der Reim. Das ist der Reim, genau. Reim mehr. Es ist gut. Mal! Ja! Ja! Yeah! Das ist geil. Guck dir das ein Spiel an und dann guck nochmal auf den Stream. Dann gehen so drei verschiedene Busse mit Zeitverschiebung natürlich. Ja! Ihr wisst schon... Ihr wisst schon, dass sie den Reich gewonnen hat, ne? Oh, ich wollte ihn doch heilen. Ich honk. Also... Ja, warum gehst du nicht runter? Da war doch ne Seele. Warum machst du das denn? Ich hab nicht genug Schlüssel. Ach so. Ach so. Na... Du bist brav. Du... Ich mag Resident Evil, ich mag Dead by Daylight. Du gehst zu den anderen, ne? Das ist der Trapper, genau. Oh, das ist auch nett. Ja, hab ich gesagt, als ich den das erste Mal gesehen hab. Was ist denn das? Warte mal. Okay, dann musst du doch wieder die Laser drüber halten, ne? Jaja, du musst einfach klüpfen. Äh, einfach. Ja, genau. Das mit der Tastatur. Du bist mit nem Controller am Spielen. Ich nicht. Bei mir hätte er das mit Controller nicht richtig angenommen. Es ist wie bei Resident Evil... Ah! Pff, nein! Falsche Richtung! Fuck! Uh! Upsa! Keine Thunderb coaches Ja, Síke, ist grad Wort für Nein! Absch**s! Hilfe! Ich sag doch Omar, ihr Segen Evil will! Nein, bring ich auch doch da rein. Nein! 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 Wir haben alle gerne Dead by Daylight. Ich hatte das Spiel, aber ich... Sorry. Dead by Daylight ist... Sollten wir eigentlich auch mal streamen? Einfach so? Ja, ja. Hast du diese Truhe durchsucht im Stream gucken? Silke! Also, kleiner Tipp... Kleiner Tipp, auf meiner YouTube-Seite findet man öfter unser Quartett. Also in letzter Zeit... Ja, beziehungsweise die letzten Sachen habe ich nicht ganz so oft hochgeladen, weil ich die ja immer nur einmal alle vier Tage hochladen im Moment. Weil ich muss ja noch Plague Tale zu Ende hochladen, ne? Wo seid ihr andere? Ja, die Schlüssel-Selection. Achso, ich bin ja davor, sag das doch! Boah, ich habe hier voll den Überblick vergessen. Ich ignore da mal, ne? Ich habe auch einen! Endlich! Nicht gewinnt. Aber das Video mit der Nurse bitte einfach nicht beachten. Ich habe das allererste Mal versucht, die Nurse zu spielen. Ich kriege das nicht hin mit der Teleportation. Egal, ob ich lange gedrückt halte, ob ich es gedrückt halte, nachdem ich wieder aufgetaucht bin, oder neu nochmal drücke. Es funktioniert nicht, keine Ahnung. Es wird nicht mein Lieblingskiller. Da bleibe ich lieber bei Freddy und dem Schwein. Ja, toll! Ey! Was denn? Wo sind die denn jetzt hingegangen? Ich stehe direkt neben ihm! Wir sind zu Flo gegangen. Ne, ne, er ist ja geschlagen worden. Okay, also, oh, ich bin dran! Ja, immer die, die tippt! So! Anna, wir haben doch keine Zeit! Ja, ich weiß! Wir sind gerade im Fernsehen! Ja, so ungefähr. Ja, doch, doch, für die heutige Jugend ist es das Fernsehen. Für mich persönlich auch, weil Netflix kann ich auch über den PC gucken. Also wir, um das nochmal kurz zu sagen, wir spielen sehr gerne DbD, was nicht heißt, dass wir immer gut sind, aber wir spielen das sehr gerne. Wir nerven auch immer mal öfter die Killer. Und wir haben ein tolles neues Hobby. Ich hab keine Schlüssel, ich brauch Schlüssel. Ach so, okay. Ja, genau das, was Anna gerade gesagt hat. Schlüssel. Das ist unser neues Hobby. Schlüssel. Also, ich bin ein guter Team-Mate. Lasst ihr da von der Silke nix anderes einsehen. Ich hab das Video schon hochgeladen, wo du zu mir gesagt hast, fuck you und 25 tippes. Dein Ernst? Also, dass Freddy zufällig hinter ihr war, das ist reiner Zufall gewesen. Also, lustig ist es auf jeden Fall. Spätestens wenn wir uns... Spaß haben wir schon, oder ich zumindest. Ja, nur der Lars nicht. Der ist sehr heldenhaft, das muss man sagen. Aber meistens geht er dann auch drauf, wenn er heldenhaft ist. Ja, genau. Ja, wie so ein Schinken. Der wird's bei erst mal kräftig. Genau. Oh, nee. Das sollte dich vielleicht auch an was erinnern, ne? Übrigens. Anna. Was? Hm? It's a hot potato! Ich bin die Kartoffel! Was musst du da machen überhaupt hier? Du musst eine Bombe halten. Achso, fang das Hütchen? Muss ich doch wieder machen. Dann scheißsorgst du die ganze Zeit nur im Locker. Gib's zu! Du kommst nicht aus dem Schrank raus. Ich weiß es. Meinst du mich jetzt, oder? Nein. Hör mal, wir haben eine Aufnahme gehabt. Ohne Scheiß. Der dreht sich immer drauf. Der geht irgendwie mal drauf. Bevor wir jetzt reingehen, weil ich nicht beides gleichzeitig kann. Wir haben eine Aufnahme gehabt. Jetzt gestern oder wann das war. Der Lars und so ein Typ waren die Letzten. Lars immer wieder an Jen dran. Ist immer wieder fast geschnappt worden. Und der Arsch stand wirklich 10 Minuten lang nur im Schrank und hat gewartet, dass Lars drauf geht. Und ich hab immer wieder umgeschaltet. Ey, das war echt asozial von dem. Ich mein, das ist ein Spiel. Wenn du stirbst, stirbst du halt. Ja mein Gott. Wer hat denn jetzt die Bombe? Ich hab schon wieder die Bombe und was denn nicht los? Achso! Hä? Ich denk, die müssen wir holen. Jetzt hab ich die extra geholt. Muss ich die schlagen dann, oder wie? Du darfst sie nicht tragen, wenn sie explodiert ist verloren. Ja. Ja, aber ich versteh nicht, wie ich die abgebe. Also ich hab andere geschlagen, das funktioniert nicht? Schlagen! Ja. Ich hab's immer noch in der Hand. Ich hab jetzt zwei Leute geschlagen. Ah, Flo! Hör auf, mich immer zu hauen! Was denn? Das war ein Reflex. Nein, 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 nein. Ich will nicht als Erste stoppen. Ich will nicht als Erste stoppen. Ich will nicht als Erste stoppen. Das hört sich an wie bei DVD. Na, Anna? Wenn das schwe- Achso! Es geht weiter, sag das doch! Scheiße! Nein! Nein! Anna ist da unten! Geht zu ihr! Und die steht unterm Schrank. Unterm Schrank wollte ich grad sagen. Krieg den Flo! Nee, Anna muss kriegen. Die ist vorne. Das ist mir scheißegal. Hauptsache, ich hab die Bombe nicht. Nein! 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 Ich hab die Bombe scheiße! Nein! Der macht das wie bei dir mit DVD! Siehst du das? Ja, ja, genau! Schatz, ich bleib überlegen! Nimm die Palette gerade! Ich hab den! Nein! Nein! Ich hab ihn erwischt, aber ich hab sie nicht abgeben können. Du musst ihn... Nee, soll man nach Pummeln machen? Hahahaha! Einfach, weil es peinlich ist. Nein! Ach, ich kann nicht sprechen! Ey! Hallo! Ich komm hier nicht raus! Nein! Ja, komm, komm, komm! Ich schmeiß ihn weg, aber es geht nicht! Hey! Komm mal! Ja! Mann! Ich bleib überall an dieser Scheiße hängen! Entschuldigung! Ja, Dwight ist komischerweise immer das erste Opfer! Wenn ich den spiele, sterbe ich zuerst! Ich weiß nicht warum! Das ist doof, dass man beim Spielen nicht darauf antworten kann! Auch meine ganzen Schlüssel! Warum liegen da so viele Schlüssel von mir? Weil ich dich da umgebracht hab! Stimmt! Geh weg! Geh weg! Aber er kann mich nicht nochmal beißen, glaub ich, ne? Ähm... Wie tragisch! Hä? Wo ist denn mein Magnetin, den ich eben noch hatte? Ich hab den nicht benutzt! Den brauchst du doch nicht! Den hat Lars dir vielleicht rausmagnetisiert? Hä? Den brauchst du aber doch nicht! Wie geht das denn? Du kannst dich nicht von mir! Kann man den rausmagnetisieren? Nee! Ja, doch! Echt jetzt? Ja! Silke, das ist keine gute Idee! Geh nicht dahin! Silke, das ist keine gute Idee! Das ist mir egal! Das ist auch nichts gegen dich persönlich! Aber ich will die Schlüssel haben! Ach du will ich meine Schlüssel haben! Ja dafür hat er jetzt meine bekommen! Aber ne jetzt ganz ernsthaft! Andere Frage! Sollen wir nach Pummelparty kurz 10 Minuten Pause machen und dann in Dead by Daylight rein? Ja, dann würde ich aber sagen, dass wir dann einen neuen Stream machen, ne? Weil das so beides untereinander ist dann... Ja, dann machen wir einen neuen Stream! Aber... Hat jemand Bock drauf? Du darfst gerne spielen, Anna! Ich ja! Oh mein Gott! Die hat jetzt extra lange gewartet! Ah ne, du kriegst deine Schlüssel ja gar nicht! Nein! Ja, ich krieg die nicht selber! Das find ich voll unfällig! Nein! Es kommen noch! Ja! Die hab ich schon mal bekommen! Das ist gut! Ich glaub, die hab ich... Ne, hab ich nicht! Ne, die sind zu... Zu mir, aber... Ich hab keine bekommen, oder? Ich weiß es jetzt gar nicht! Doch, du hast welche bekommen! Du hattest davor 15! Ja? Ja! Schatz, du bist dran! Der so komisch in der Gegend rumguckt! Ne, ne, ich hab's noch! Ich mach immer nur zwei! Aber dafür krieg ich ein paar Raketen! Du, ein blindes Huhn findet auch mal einen Kuhn! Ein blindes Kuh! Ja, ja! Ich weiß genau, worauf du denn aus wolltest! Oh, was jetzt? Äh... Oh, das ist natürlich witzig! Macht man Feuerbälle? Sehe ich das richtig? Äh, die tue ich einfach schießen, ja! Einfach schießen! Boom, boom, boom! Ja, das... Also, hier! Da steht... Durch diese Feuerbälle stößt du dich immer weg! Da steht, hier ist nicht genug Platz für... Äh... Hier ist nur genug Platz für einen Magier! Ich bin die geborene Magierin! In jedem Spiel! Sei es in Teso oder sonst was! Also, räumt mal schön das Feld hier! Aber wir reden von einem Magier! Ein Männchen! Das zählen wir ja mal! Kann man eigentlich springen? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet! Ach, ich bin... Also Flo, enttäusch mich nicht! Ach, ich kann nicht springen! Oh, ich bin in Lava-Klatsch! Weil ich's nicht... Oh... Wieso... Wenn ich euch treffe? Oder wirst du dann gestunnt, wenn du jemanden triffst? Oh! Ich spiel' gerade mit Flo! Scheiße! Mann, musstest du rot nehmen! Das irritiert mich! Aber wieso kannst du dich nicht drehen? Du guckst immer nur in eine Richtung irgendwie, ne? Du zielst... Du guckst in die Richtung, wo du zielst! Aua! 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 Lass mich schnell rein! Ich bin gerade voll über die Lava gelaufen! Ja, ich auch! Ich bin voll kaputt gegangen jetzt! Nein! 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 Aua! Ja! Ja! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Unverdient! Abgecardetes Spiel! So, was haben wir denn noch für Items hier? Ich muss mich... Ne, ich muss mich erstmal auf jeden Fall heilen! Warte mal! Ich hab' ja so wenig... Achso! Muss ich noch drücken! Sag das doch! Ne? Okay! Wie viel kannst du denn? Kompletten Status damit heilen? Oder? Ja, du heilst deinen kompletten Status damit! Ne? Doch! Nicht immer! Kommt daran, wie weit unten du bist, oder? Ne? Eigentlich komplett! Nee, ich dachte nicht! Ich hätt's erst später gemacht! Ja, ich wusste es jetzt nicht! Ich hab' mal nur gedacht, so halb... Okay, wenn dich jetzt einer angreift, bist du wahrscheinlich ganz weg! Und da da so ein Zombie in der Nähe rumkreucht und fleucht... Ja, Schatz, hätten wir das gewusst mit dem Gucken, ne? Weil uns einiges erspart in unserer ersten Testrunde! Hm... Na? Na? Was machen wir? Läusche nicht! Okay! Lars verwirrt mich! Warum? Weil du nicht, äh... Boah, du sech'n blöde Kuh! War der linksten Geist hab' ich nicht gesehen! Ne, du hast sogar meine Schlüssel noch mitbekommen! Scheiße! Ja, voll! Aber warum hab' ich den Magneten nicht mehr? Ich hab' den überhaupt nicht benutzt! Äh... Der wurde dir geklaut! Den hab' ich dir wegmagnetisiert! Ich hab' dir grad auch nochmal irgendwas wegnommen! Die Rakete! Kannst du wirklich wegmagnetisieren? Oh, ich kenn' das nicht! Oh, ich kenn' auch Sachen! Also, Items! Bis 30 geht das mit dem Heilen! Äh, das Paket deckt aber nur 15 ab, meint er! Echt? Ja? Also, ja! Ja, wenn ich das alles sehe, muss ich eh immer nur an DPD denken! Genau, geh da hoch! Geh da hoch! Geh da hoch! Geh zur ersten! Oh, das ist schön! Äh... Oh, ne, ne? Okay! Hä? Gehen dann immer mehr raus, oder kommen die dann wieder, oder wie? Die kommen wieder! Ach so, okay! Die kommen wieder, die kommen wieder! Ich wusste nicht, ob das jetzt eine Endlusschleife war! Und die, die nicht wackeln, bleiben oben! Die, die nicht wackeln, bleiben oben! Er hat uns einen Tipp gegeben! Das kenn' ich vom Flo gar! Das könnte aber auch ne Falle sein, ne? Ja, aber das stimmt! Ich hab' gerade extra darauf geachtet, weil ich Flo nicht traue! Na ja! Juhu! Oh! Hi! Oh, ist das scheiße! Muss ich hier voll bei konzentrieren! Mann! Du glüftest! Ne, ich achte nur drauf! Oh, ich hab' irgendwas freigeschaltet! Nein! Oh! Scheiße! Pfff! Der Flo bleibt einfach nur stehen, bis irgendwas wackelt hier! Das ist gar nicht so doof, die Taktik! Nein! Oh! Das ist, das war jetzt wirklich Glückspilz! Irgendwie hab' ich das Gefühl, das wird nur richtig gemein! Pfff! 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 Hä? Ich bin hier irgendwie hingeblieben! Das war jetzt ganz komisch! Ich kam nicht mal weiter! Pff! 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 ist lasse ja die musste könnte echt wie so sein aber ich meine es gibt ja leute wie laos die brauchen sie spielen das millionen jahre schon kennen wir nicht auswendig aber dennoch bei uns von anfang an immer klar was zu tun ist ich will nur mal dem ersten spiel wo ich das ich habe es einmal gespielt habe ich sie geschlagen souverän ne souverän war es nun wirklich nicht also braun schlagen ist nicht gut so spiel ist vorbei ach du hattest schon zwei ach geh weg das ist nur weil sie mich am anfang so hinterhältig attackiert hat deswegen hat sie sich den vorteil geholt und deswegen hat sie jetzt gewonnen das ist das ist abartig einfach ich bin im käfig ja und ich bin hier schöne mein käfig und keiner kann ja ich würde sagen gegen halb sind wir wieder online gegen halb schon ich denke du willst nur eine rauchen wollte noch sich zwischendurch haben und noch essen das ist nicht dein ernst deshalb hat sie die runde jetzt auch so schnell beendet ja ich wusste sie hat dahinter gedanken mit also ich finde ja das ende ist überhaupt nicht blutig guck mal wie oft der der flo jetzt hier erwischt worden ist das hätte ich jetzt nicht gesagt also ich meine er steht ja die ganze zeit da und will ja eigentlich hauen aber er irgendwas blockiert wohl bei ihnen also anna so läuft es bei euch zu hause immer ab okay auch nicht du tust mir leid bei mir genau so aus überall tot ist los das ist schon in sieben minuten der paul drängt dass du mal langsam mal rauchen solltest paul du bist doch auch dafür dass man mindestens guck mal wie schnell die raus ist so ne sauerei ja gut dann würde ich sagen starte ich jetzt mal das endbildchen und sage nochmal und sage nochmal vielen dank dafür für alle die zugeschaut haben und möchte keine langen reden halten obwohl mir gerade danach ist die ist immer danach ich will auch mal was schreiben moment dann würde ich sagen dass wir den stream als dreier stream machen wir machen gleich einen dreier genau genau dann gibt es gleich einen dreier aber auf jeden fall vielleicht auch einen vierer wenn paul zurückkommt aber schatz auf jeden fall mit streamen weil das wird gut wenn wir dann nämlich alle richtungen zeigen können ja klar dann aber dann weiß man was ich liebe und was wirklich ist das können wir nicht tun genau du sagst ich bin gerade am gen und ich sehe dann anna du stehst im schrank und beliebteste person auf mix einfach weil sie ihre freunde verarscht oder du sagst ich habe ein köfferchen gefunden und hängst da mit dem schlüssel in der hand rum oder so du hängst äh du kämpfst dann über der luke genau ich sag mal ok stimmt eigentlich dann hole ich mir eine gabel bis gleich ich sag gar nichts weil ich werde dauernd unterbrochen äh schatzi ein moment warte doch mal kurz ok